So. Partieren dann wieder herstellen erfolgreich. Okay, well, I'm waiting for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to AEF K cry. They'll be doing the talking as soon as they leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey guys, I am Peter Strass, doing dispatcher at Theta. Just let me know if there's someone in the back of you. I suppose that's it. I'll see you real soon. While we arrive. Alright, Johnson, you have a safe trip. Hey, hello, Theta. Obsalon, what's up? Wir können wirklich direkt kontakt mit Hezher, ich meine, Site Service Engineer, Wolchik. Direkt links sind fast nicht möglich zu verabschieden. Die Luarm-Relais sind quasi junk. Man kann die Messungen via der Kommission Center senden. Wenn du willst, all ist hier, bereit zu Relay-Einigungen von Hand. Ich weiß, es ist ein schädel-System, aber es ist alles gut. Okay, wir müssen uns aufhören. Bis zum nächsten Mal. Hallo? Peter, was er? Gut, ich bin hier. Was ist passiert? Wir sind raus. Ich möchte euch nur sagen, dass ich jetzt die Kommission Center seien. Das ist definitiv das letzte, das wir von uns hören hören können. Wenn wir nicht in den nächsten paar Stunden kommen, dann senden wir die Kalerie. Hör auf, was ist passiert? Es ist immer noch der gleiche Plan, oder? Ja, wir gehen für den Shuttle und fahren direkt nach Theta. Okay, gut. Ich werde die Truppen für eine Willkommens-Party. Das würde ich gerne hören. Das ist mal eine Ansage, eine Willkommens-Party, jawohl. Ja, willkommen zur letzten Relay-Einigungen von allen neuen Zuschauern. Jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. Wir spielen heute SOMA. Nordamerika, Europa, Afrika, Atlantischer Ozean. So, New York, Shadows Offline, letzter Kontaktzentrum, 2103, Nachricht Johnsy. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Epsilon zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse, Ben. So, Status Lissabon, Status Offline, letzter Kontakt, 12. Januar 2103, Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengung der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag, 5.13 Uhr. Was für ein, was für ein Aufschlag, über was für ein Aufschlag reden die da? London Offline, letzter Kontakt, 11. Januar 2103, Liebes Fräulein Wigdis, mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Epsilon und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen in Ihrer Folge setzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. So, letzter Kontakt, 12. Januar 2103, John C., du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben, aber wir haben die bessere Aussicht. Aber wir haben die bessere Aussicht, ein Salud. Okay, da können wir nichts lesen. Nun mal Link unterbrochen, manuelle Eingabe erforderlich. Ah, hier um Gottes Willen. Kanal nicht erkannt. Achso, okay. Ausrichtung. Was für den Satelliten wahrscheinlich ausrichten. Da kam ja jetzt echt viel. Linkfehler, Schatz, ist auch nein. Kann ja was machen. Na. Dann nehmen wir mal 2203. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Uh, Jared. Simon, Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No. I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Ähm, 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 shit, 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 where did I, where did I, where did I, where did I, oh fuck, oh fuck. Da sind wir wohl baden gegangen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir schwimmen in den Ozean. Ende. Spiel vorbei. Gott sei Dank. Geschafft. Puh. Du sollst schwimmen. Was? Was ist denn da? Wie ist das möglich? Hä? Das ist verrückt! Okay. Wie kommen wir denn an die Taucherausrüstung dran? Ja. Hat sie, glaube ich, erübrigt. 22.10 habe ich eingeben. Okay. Nein, wie geil. Wir sind jetzt außerhalb der Station. Ach, du heiliger Strohsack. Ach, du Kacke. Ich will hier gar nicht sein. Sieht aus wie ein Gehirn. Sieht aus wie ein Gehirn. Ich will hier gar nicht sein. Auch wenn das toll aussieht. Hm. Mein Gott, warum müssen das immer so viele Wege sein? Ich habe immer Angst, irgendwas zu verpassen. Zeppelin-Transport. Jawohl. Boah, es ist cool gemacht. Alter Schwede. Hey, 31 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Und willkommen in der Let's Play Live Show. Eben Freitag, Eben Samstag, 20 Uhr. Ja, dann können wir mal hier lang. Folgen wir mal den roten Lichtern. Also ihr merkt wahrscheinlich gerade auch, mir verschlägt es gerade auch so ein bisschen die Sprache, weil so toll hätte ich es mir dann auch nicht vorgestellt, dass es unter Wasser dann auch geht. Da hinten schwammt gerade irgendwas mit dem Licht. Aber wie konnten wir denn so schnell jetzt auch einen Taucheranzug haben und alles und... Hm. Ist mir irgendwie ein Rätsel. Oh, shit. Prost. Okay. Das sind wahrscheinlich mal so Logbücher, die man sich anhören kann. So Audio-Logs. Wie lange ist es hier? Ich kann nicht einfach denken. Ich muss mich nicht sagen. Warum hast du das gemacht? ähm tschau schön, dass du mich hören kannst ich glaube, ich bin hier falsch ich glaube, ich hätte anders oh oh es muss noch etwas Gel zu finden sein alle sind einfach nur weg was? ich verliere, ich sterbe okay aber der wollte uns, glaube ich, auch irgendwas tun so kam es mir zumindest vor so wie er auch geredet hatte so sieht aus wie ein Gesicht ach wie cool das gemacht ist ach wie cool das gemacht ist hey du kleiner Wurm ich helfe dir mal ein bisschen dankeschön, wer auch so pie aber flex heißt ich mhm jawohl so, wo muss ich denn langen? hier lang vielleicht? Alter, wie riesig das hier ist ist ja unglaublich ist ja unfucking fassbar krass ich geh mal hier lang was ist das denn für ein Ding das ist schon wieder so ein roter, so ein roter Roboter aber er folgt uns jetzt irgendwie ich merke schon ihr seid auch total fasziniert deswegen schreibt ihr wahrscheinlich auch gerade nicht tja, müssen wir mal gucken ich glaube hier bin ich falsch hm tja, müssen wir mal schauen vielleicht müssen wir mal hier hin ich weiß es gar nicht boah, Blende, Blende, mich doch nicht so hm 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 waren wir schon gewesen? hm 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 noch nicht unser kleiner Freund wie niedlich der ist finde ich irgendwie immer an unserer Seite ok das führt uns jetzt wieder hier außen rum hm also irgendwas müssen wir hier glaube ich machen habe ich die Vermutung ich weiß noch nicht genau was aber ich finde y mhm das ist wahrscheinlich das Logo von y aber ich finde wir haben einen neuen Freund kennengelernt und ich finde das ist ein guter Zeitpunkt um jetzt aus dem Spiel auszusteigen weil ich bin total angespannt immer noch und ich muss mich ein bisschen entspannen und ja mein Gott fasziniert ich bin bis jetzt total begeistert von Soma also vor allem jetzt noch diese ruhige Passage jetzt mit dem unter Wasser und ich bin sehr gespannt wie es da weitergeht und ich hoffe ihr natürlich auch denn ähm ja wir werden morgen Abend natürlich ab 22 Uhr wieder weiterspielen bei Soma und ich bin gespannt was da noch so auf uns wartet das ist ja erstmal nur so der Anfang gewesen auch was Horror angeht und ich musste mich schon echt ein paar mal zusammenreißen bin ich ganz ehrlich ja ich hoffe ihr hattet heute auch so viel Spaß wie ich und ähm ja würde mich freuen wenn ihr morgen wieder einschaltet morgen wieder um 20 Uhr in der Let's Play Live Show sehen wir uns dann wieder genau an dieser Stelle bei Soma ab 22 Uhr und ab 20 Uhr müssen wir mal schauen weiß ich noch gar nicht ob wir vielleicht lasst was weiterspielen oder vielleicht was anderes vielleicht mit den Jungs noch ein bisschen was werden wir sehen auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend eine gute Nacht schlaf gut und äh bis morgen ciao 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 Vielen Dank.